Das wundert mich jetzt auch, weil da ist ja immer noch ein Alu dabei. Hast du auch noch dringend? Alu müssen wir doch noch. Okay, ich mache noch zwei bei Alu hin. Ja, der nimmt ja immer einen. Wie sieht es bei dir aus, Lavi? Du bist noch am Leiterplatten machen. Jaja, jetzt habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11 Stück. Oh. Ah ja, die Pilze werden wieder geliefert. Solltest du da jetzt bei den Dings nicht weiterkommen, vielleicht die Handelsrakete? Ja, das wäre mir sogar lieber, dass die Bauer. Okay. Oh. Also solange nur eine Handelsrakete da ist, werden die Dings auch stocken immer. Ja, ja. Ja, ja. Werden die Produktionsdinge auch stocken. Ja, stocken, ja, ja. Deswegen, weil wir ja noch nicht, weil wir haben ja nur die eine Handelsrakete und die ist ja natürlich... Hallo Mike! Also... Ja, Visina, ich fühle mit dir, ich habe mein haariges Teil zum Mann auf den Schreibtisch verbannt. Kommt sie da nicht azendi! So. So. Sonst mal. Komm, weg ist sie. Alu ist doch auch hier, ne? Oder nicht? Muss ich unbedingt dafür ins Alugebiet? Ne, ne? Theoretisch nicht, oder? Weiß ich nicht. Kann ich dir tatsächlich nicht sagen. Warte mal, stell mal hier zwischen die Bäume, da sieht man das nämlich nicht. Dass hier so ein Bohrer steht. Warum stellst du den nicht dahin, wo das Alugebiet ist? Weil ich nicht weiß, wo es ist. Doch, ich weiß, wo es ist. Das ist schwierig. Du weißt das. Nein, ich weiß es nicht, aber ich vermute. Ja. Ja. Also, ich glaube, ich muss die Raketen einfach mal so in die Gegend stellen, weil die knappen nicht. Keine einzige. Das ist auch komisch. Ich glaube, ich habe das Alugebiet gefunden. Ja, ich glaube auch. Da stehen im Übrigen zwei Butzen. Alugebiet. Kannst du wahrscheinlich auch... Oh, du kleines Ding. Hallo, bist du schon leer? Tante. Äh, jetzt habe ich gerade an der Rakete den Boden versenkt. Ups. Da sieht man nur die Spitze der Rakete. Ach du meine Güte. Oh, nicht schlecht. Wir haben hier im Alugebiet gar keinen Bohrer, oder? Doch da. Aber ich weiß gar nicht, ob das ein Dreier ist. Ist das ein Dreier? Äh, sieht so aus. Ja. Aber wir haben hier keinen, keinen... Ich kann leider die Rakete nicht da bauen. Adrinans, musst du wieder herkommen. Komm, sofort, ja. Das ist, glaube ich, ein Schnappschuss wert. Nein, das ist kein Zweier. Äh, das ist kein... Das ist ein Einer. Das ist kein Dreier. Das ist ein Einer. Das ist ein Einer. Das ist ein Einer. Ja. Hallo. 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 Angebot. So, was ist das jetzt hier? Jetzt habe ich es doch weggebaut. Okay. Haste, geht doch. Hallo. Hallo. Aber ich glaube, Alu brauchen wir nur zwei, oder? Ja. Ja. Ich würde erst mal sagen, ja. Und wenn nicht, dann können wir immer noch einen nachlegen. Wenn das nicht reicht. Dann ziehst du viel Scheiße. Oh Mann. So. Brauche ich auch keine Putze. Mhm. Warte mal, da war doch noch irgendwo einer. Oh, scheiße. Ja, im Prinzip brauchen wir die auch nicht mehr. Nee, wir brauchen keine Putzen mehr. Es sei denn, hier kommt jetzt ein Knall und wir haben jetzt auf einmal keinen Sauerstoff mehr. Aber selbst dann sind wir noch versorgt. Naja, ne, ja. Das machen wir tatsächlich nicht mehr. Äh. Mal gucken hier. 2,3,3. Ah, Brina. Ich sag, brauch dich mal. Ja, ich komm. Ich bin im Anflug. Das ist sowas von blöd hier. Wie sind die das? Das sind 1, 2, 3, 4. Ich bin im Anflug. Also über die Berge. Über die Berge und tief tief. Oh ja. Und hier sind wir auch. 1, 2, 3, 4. Ich bin im Anflug. Also über die Berge. Über die Berge und tief tief. Oh ja. Und hier sind wir auch. 1, 2, 3, 4. Ich bin satt. Welcher? Der Terrainmanipulator. Der hat so viel Terrain weggemacht. So viel wollte ich gar nicht weg haben. Das ist mir auch passiert. Meine Häuser steht jetzt in einem tiefen Loch. Okay. Auch nicht schlecht. So. Ich bin bei dir. Bei der Rakete. Guck mal, was ich hier gebaut habe. Das ist furchtbar, oder? Oh, lass doch. Und die nächste kann ich nicht mehr anschließen. Du musst du nach vorne. Ach, das ist mein Gas, glaube ich. Das ist mein Gas, glaube ich. Das wir können verlangen. Oder hier an der Seite. Hier zur Seite weg. Warte, muss ich erst getrinken gehen. Hier zur Seite weg. Ich geh dir auch nochmal zwei. Ich brauche Nahrung. Ansonsten bin ich gleich weh weg und geh wie ganz weg. Ah, Nahrung da lang. Nichts als eine Kiste. Die im Gras würde ich so lassen. Das finde ich gut. Ich bin keine Kiste. Ich habe eine große Kiste, aber das ist was anderes. Haha, das hast du mir gesagt. Die snappen einfach nicht die Dinger. Ich verstehe das nicht. Die Gegend könnte ich sie stellen, aber... Oder obendrauf. Guck mal, der hat jetzt zum Beispiel zwei Uranstäbe schon drin. Der hat zwei grüne. Ja. Ein roter. Also es sind... Solange da nicht so viele Handelsraketen sind, ist das noch alles gut. Wenn die jetzt allerdings eingestellt werden, wird es dann nachher interessant. Ja, das ist das. Denke ich auch. Das wird dann interessant. Ja, wenn das dann fertig ist, dann können wir aufhören. Knöne.... So, jetzt habe ich... was fabriziert hier... Die haben schon zweite Nahrung drin, ey. Opa! Jetzt muss ich gucken, wie das hier funktioniert... Das hier alles funktioniert. okay der produzierer der produziert sehr gut ja also der ist voll der produzierer ist eine maßlicht dünge ist natürlich immer noch nicht dünge 2 ja aber dünge 1 schwefel ist gut aber gingen sind gut kürbisse sind gut seine werden ja so nachgelegt stickstoff ist ein pro also leer mutagen ist leer also gut das sieht alles gut aus bis auf stickstoff sieht alles gut aus was muss noch mal die alten alten muss noch vielleicht ein aufstellen eventuell alben und plankton online anton b schon wieder aber wir haben genug futter als es ist läuft ich ja froh dass die produktionslinie jetzt läuft ja sehr wollen wir nicht mehr füttern und wir kriegen jetzt gutes wenn die jetzt das gute futter fressen ja das gute material ja da können ja noch ordentlich wo sollte ich jetzt nur was hin tun habe ich gemacht ja also gemacht genau wollte sind auch wollen das einstellen der rakete das heißt nur die stäbe die stäbe essen und kekse und jetzt ist die frage wollen wir auch diesen stoff machen den habe ich auch immer verkauft ja ja deswegen und die kann man ja schöne produktion geben ich weiß nur nicht wieviel stoff manu braucht für ihre laborexperimente da dr jackelheit mäßig also im moment stelle ich ja nix auf also kann stoff eigentlich komplett produziert und weg ja ja ich habe ja oben bei mir auch seiden rauchen stehen die sind ja dann nicht davon betroffen weil die sind nicht wenn die sind die im angebot nein nein die sind nicht im angebot die würde ich auch dann nicht du hattest doch hier hinten so einen stoffmacher oder nee du hattest ja genau da hinten ist einer hier ist nur ein essenmacher ja aber der kann alles produzieren ich habe ja alles aber den essen haben wir ja auch drin essen deswegen soll der mal essen machen ja der hat hier auch eine nachfrage der eine schrank ist der lagerschrank für essen damit der auch arbeitet ja so rein theoretisch müsste hier noch ein stoffmacher hin oder nicht soll ich da einen stoffmacher hinstellen dass du machen bist du sicher ja bitte aber dann fehlt glaube ich fehlen noch ein paar seiten rauben er kann ja langsam arbeiten ist ja nicht so schlimm weil die die drohen die die raketen glaubt mal wenn von überall was kommt dann sind die schnell hoch ich mache ich mal von daher bin ich jetzt gute hoffnung doch wird jetzt auch nicht sagen bei den ganzen zeug was wir produzieren glaube ich geht das relativ fix ok ist auch ja und was ich noch machen muss ist die rakete automatisch starten lassen genau an die bäuer gar nicht so blöd manchmal über die ersten 159 teratoren sind schon da ja ja hier kann ich sagen wir werden jetzt großindustrielle was sagt ihr dazu das auch noch ein imperium ja ach so die quarts maschinerie muss ich dann eventuell noch mal anschmeißen aber da muss jetzt mal gucken was der braucht also die grundelemente das heißt uran iridium osnium zeolit und ein methan ich hoffe dass jetzt kein schrank nach stoff schreit dahinter hatte ich glaube ich nur nahrung eingelagert oder ja na ja 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 nur nahrung und honig und so ja ich glaube wir werden großindustrielle ja ich freue mich nachher schon wenn wir den planeten abfliegen nach dem genetischen material da habe ich schon ich bin mal gespannt ich weiß gar nicht wo was sollen ehrlich gesagt mal gucken genau da ja also leiterplatten haben wir ausgeschlossen energiezellen haben wir ausgeschlossen und bakterien haben ausgeschlossen und raketenköpfe ausgeschlossen warum vorläufig vorläufig möglicherweise müssen wir ja auch noch welche ins all schießen genau akkete ja das stimmt allerdings und drohen brauchen wir eventuell auch ich bin schon wieder raus scheiben honig ich gucke gerade mal bei mir läuft sauber ja bei mir nicht neue einladung richtig um jetzt lass mich erst mal das spiel starten auch so ja sagt bescheid jetzt hatten wir jetzt eigentlich noch so einen hohen baum bestellt gehabt oder nicht das kann ich dir tatsächlich gar nicht sagen sie hat doch gesagt sie hat hier oben irgendwas da sortiert ich gucke kann ja mal gucken wie viel du hast ja aber guck mal guck mal wo spezies steht ich habe jetzt gerade auch ein problem ich auch okay die 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 sachen sind noch da okay ich weiß nämlich keine ahnung wo wir jetzt raus können wir schaden ersatz beantragen sonst ist egal denn ist es egal dann passt das schon also der stoff links ist noch auch noch da ja dann läuft doch dann haben wir doch alles genau das sind wir gut also hat wohl wahrscheinlich kurz vorher gespeichert ja ich denke auch aber jetzt erklären wir mal was ich jetzt glaube ich wollte wieder leider platte machen ich bin schon wieder wie ein opfer und scheuen tor ehrlich ich wollte noch zwei drei schmetter hier essen ist gemacht produktion bitte lauf mir eingefallen ich bin eine gute und ja läuft wie blöcher wie blöcher ja wohl das löft wie blöcher sehr schön genau ich hatte eigentlich ich war also ich war ja wirklich zum glück ich war ja eigentlich oben im labor ich weiß auch kommt stimmt ich war auf der suche nach bäumen nach dem roten baum stimmt da war ja das roten baum der weiß ich nein du hattest doch gefragt ob wir noch so ein bestellt haben und ich weiß nach dem roten baum meintest du ich weiß bei dem anderen weiß aber neben dem roten biongut gefunden hatten da war ich gerade so jetzt nicht erst mal das essen so das mutter gehen 1 2 3 4 5 ich würde jetzt vielleicht dann tatsächlich erstmal blühen ist nun mit dem plastik irgendwo bin gerade welches abbauen hier ist noch vier stück aber ich habe ich habe ich habe ihn meinst du mein den den man bestellen musste das ist doch der rube roh nicht das ist der den wir roten biongut haben ja dann geh doch einfach an eine krakete und bestellen ja ja ich bin jetzt gerade oben ich mache das ist noch das gleiche ist da habe ich jetzt weiß ich was ich muss einmal kurz gucken ja die sind alle ausgeflogen ich glaube uns würden noch weitere drohnen stehen wir haben 55 drohnen die klingeln schon wieder die ohren sie will noch mehr drohen ich möchte irgendwas fehlt mir jetzt ich glaube zeilet habe ich jetzt bin gerade am leiterplatten bauen die brauche ich auch ein bisschen ja ganz viel wir haben ganze schränke voll davon glaube ich zumindest eisenkobolz delizium hier wollte ja ich muss das immer visualisieren damit ich das verstehe ich dachte wort auch normalen also eisen und so weiter braucht er gar nicht der braucht wirklich nur aus mir um zeolit-iridium-magnesium ja ja genau links oh viele grüße nach schweden grüßt mir den danni ich hoffe ihr genießt euren urlaub okay das habe ich jetzt verinnerlicht also auch dafür brauchen wir kein eisenmagnesium oder sonst irgendwelchen kram ne das ist ja alles nee nee das brauchen wir nicht das stimmt dann haben wir noch fusion für was produktions ich habe noch drei stück drei produktions multiplikator sicherungen das hat mir gefallen du kannst du mal sechs stopp rausnehmen ein zwei drei vier fünf sechs willst du noch produktionsstücks haben ich glaube hier oben warte mal ich hatte hier auch eine irgendwie die war hier bei mir die habe ich bestimmt ja die frage ist wo wir die her wo wir die strategisch am besten hinstellen ich habe hier drei stück ich würde die da verteilen lieben lieben wo bist du oben kannst du mir den stoff mitbringen ja wir haben nicht genug pilze ich stehe schon wieder jetzt habe ich mich wieder bewegt dachte ich werde schon wieder raus fliegen wo stehst du denn jetzt ist gut ich bin konnte mich wieder bewegen plötzlich bei schwarzpulver mache ich jetzt mal den stoff hier bei divers sind die drei produktions ja bei schwarzpulver ist das stoff drin wo ist denn divers wer macht denn divers ich habe 246 18 stück ja fehlen dir noch zwei also hier müsste ich jetzt quasi bestellen oder ja wenn du das tust dann bestellt bitte einen wir wollen geld verdienen und nicht ausgeben aber okay ja gut ich sag mal produktions das lohnt sich schon also das lohnt sich schon okay die hier geht gleich hoch dann werde ich das werde ich hier gleich mal bestellen hast du sehr schön gebaut ja ne wirklich ich mir gefällt das wenn das nicht so 1 2 und der rosa baumsamen ja genau davon hätte ich gerne nur einen davon haben wir nämlich nur einen einzeln so wenn die hoch geht dann ist das bestellen wo ist denn noch mal zähl wie hier ja nix mehr zähl wie geht es euch schön hier ne schön grün schön bunt alles ist ich muss mal euer wasser weg trinken aber das ist nicht so schlimm oder nein ich muss mal euer wasser weg trinken nicht das kleine grüne flaschlein nehmen nein 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 ich finde das so süß mit dem fröschen hier ne ich feiere das enorm dass sie hier so alle durcheinander hoppen so dann muss ich maschinen optimiere stufe 2 machen richtig ja und ich kann jetzt 1 2 3 kann ich schon mal machen oh weia jetzt geht es los jetzt geht es los ja super da kommen auch keine bunten Laten mehr raus das ist ja ganz famos warum kommen keine bunten wo weiß ich nicht da kommt nur noch Tillep raus vermisst dein Dr. Jekyll und Mr. Hyde sind wohl jetzt kaputt gegangen was da kommen nur gewöhnliche äh 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 keine bunten äh Schmetterlingswaffen mehr wieso nicht nur Kram hier das ist ja Schredder machen alle platt was heißt hier Tö 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 hast du das was nein ich hab nix gemacht glaub dir nix das ist mir wurscht hallo das glaube ich dir allerdings aufs Wort so macht er keinen kein Kunststoff das ist doch alles in Reichweite wasser wahrscheinlich wasser steht vorne im Schreibt wahrscheinlich ist Wasser außer Reichweite jetzt gibt mir mal so ne Laute hier das ganze ZZ oh tipptopp wo muss ich nun hin hüpfen wenn ich jetzt da runter will zu deinen ich glaub schlucht jetzt hab ich hier rein doch gehen wir schlucht doch die doh die oha die machen hier alles machen die einer macht schweb für drei machen Ostenjohn und wenn du äh ein bisschen rumfliegst schweb gegenüber ist Iridium also kann ich das so machen ja da mach ich jetzt drei eins zwei drei so die produziert jetzt mal so recht